Holtersdorf hat im Jahr 1945 die Schichte geschrieben. Der heutige Tag geht in diese Schichte unserer Pfarrer ein. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Jugendlichen hier in Hochholtersdorf das Heilige Sakrament der Führung empfangen können. Durch Ihnen ist es möglich und dafür möchte ich Ihnen danken und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Hochholtersdorf wünschen. Danke.